Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8412 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kundenbewertungen sind eine wertvolle Quelle für die Beurteilung der Qualität eines Produkts. Kundenbewertungen sind eine wertvolle Quelle für die Beurteilung der Qualität eines Produkts. Die genaue Bedeutung des Begriffs Balsam hängt vom Kontext ab, in dem er verwendet wird. Die genaue Bedeutung des Begriffs Balsam hängt vom Kontext ab, in dem er verwendet wird. Die Tierärztin untersucht das Frettchen. Eine Impfung sollte durchgeführt werden. Die Tierärztin untersucht das Frettchen. Eine Impfung sollte durchgeführt werden. Vertrauen ist ein kostbares Gut, das sorgfältig gepflegt werden muss. Vertrauen ist ein kostbares Gut, das sorgfältig gepflegt werden muss. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt ein altes Sprichwort. Kannst du dem zustimmen? In der Ruhe liegt die Kraft, sagt ein altes Sprichwort. Kannst du dem zustimmen? In der Ruhe liegt die Kraft, sagt ein altes Sprichwort. Kannst du dem zustimmen? Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus. Vielen Dank.